Neulich bei den Augsburger Stadtführungen. Herzlich willkommen bei den Augsburger Stadtführungen. Ich habe heute das Vergnügen, sie durch die alte Reichsstadt zu führen. Wir beginnen direkt vor dem Augsburger Köpfhaus. Und hinter uns steht auch die Starte von Hans Jakob Fugger. Er war im Augsburg des 16. Jahrhunderts einer der reichsten und bedeutendsten Patrizier. Ja, okay, also man könnte auch sagen, er war einer der Häuptlinge hier in Augsburg. Süddeutsche Karl-Mai-Festspiele Süddeutsche Karl-Mai-Festspiele Süddeutsche Karl-Mai-Festspiele